Power Sultan, bei Erreichen des ersten Stadionbogens, Power Sultan zieht da jetzt endgültig in Front von Morris Green und außen Angie's Shadow, da hinter JC, BMG und Sanssouci, gefolgt von Mountain Rapida, der aber jetzt drastisch an das Ende dieses Pulks zurückgenommen wird. An der Spitze sieht man weiterhin hingegen Power Sultan, außen kommt wieder Mountain Rapida zusammen mit Royal Spirit. Power Sultan und Royal Spirit jetzt in vorderster Front, ihnen gefolgt von Morris Green, außen Mountain Rapida, dann Angie's Shadow und ihnen JC, BMG vor Sanssouci und ihnen Sleepy Sunday. Mittlerweile Führungswechsel, Royal Spirit zieht als Leader durch den Messebogen. Royal Spirit von Mountain Rapida, innen Power Sultan, dann Morris Green und Angie's Shadow. Ganz außen attackiert jetzt in dritter Spur, Napoleon AD. Royal Spirit auf der Tribüne geraten in Front vor Napoleon AD, der außen weiter attackiert und bis an die Spitze des Feldes zieht. Eine Runde Verschluss, Napoleon AD in Front vor Royal Spirit, dann Power Sultan und außen Mountain Rapida, gefolgt von Angie's Shadow, ihnen Morris Green vor Sanssouci, dahinter I Can Fly Diamant, ihnen JC, BMG, gefolgt von Calgary, sowie Sleepy Sunday und Mambo No. 5, mit Abstand Mountain Fire P. Das Feld hat den Stadionbogen neuerlich absolviert, kommt nun auf die letzte Stahlgerade. Napoleon AD in Front vor Royal Spirit und außen Mountain Rapida, dahinter Power Sultan und Angie's Shadow. Außen attackiert jetzt vehement I Can Fly Diamant, auch Sanssouci wurde hier herausgenommen, dann weiter außen sieht man auch noch Calgary. Bei Erreichen des Schlussbogens. Ihnen Napoleon AD, außen I Can Fly Diamant, die beiden haben sich da jetzt im Rush abgesetzt, Sanssouci versucht nachzusetzen, Ihnen noch Royal Spirit. Napoleon AD und I Can Fly Diamant vor Sanssouci Ausgangs des Schlussbogens. Bei Erreichen des Einlaufes, Ihnen Napoleon AD, außen I Can Fly Diamant, ganz außen Sanssouci mit der Schlussattacke. I Can Fly Diamant, kurzzeitig in Führung, aber Sanssouci geht da vorbei, gewinnt auch den dritten Start heuer. Sanssouci ganz sicher vor I Can Fly Diamant, dahinter Power Sultan ohne Wetten vor Royal Spirit. Mit drei vor zwölf und sechs vorläufig. Kurzem Stat ... O Since ... Be Kay Diamant, aint ... Of ... Unmher ... Ha sinister ... Wenn du ... Was you VOICE new ? Du der ... Untertitelung des ZDF, 2020